so, ok, da dritt man nicht teilweise im rat hier. so, hier muss man eigentlich alle wie den schlüssel haben. sieht aus, als würden die hier vier verschiedene schlüssel benötigen. einmal gehen wir in den geld, schlüssel, grün, schwarz und rot. die tür hat sich geöffnet. ach nee, you don't say. habe ich an der teleporter tür. oh, guck mal, die bleibt sogar offen. okay, das ist glaube ich ein bug. ich mag die fiemen. die ist cool. also ich meine, musiktechnisch hat das spiel, ist das spiel echt gut. aber jetzt kommt ein echt schwieriger kampf. ich glaube die erste phase werde ich ein bisschen mit sternschau überbrücken, weil das ist echt etwas sehr schwer. also gut. haben wir euch. ihr habt ihr euch? also verkrochen. das war ja auch der einzige weg. aber, aber, schön, dass ihr endlich so uns gefunden habt. jüdische menschen? nein! gottes willen! das ist paper mario, das ist die film von den cooper brothers. also von ihnen hier. von den vier, vier leuten hier. das ist deren theme. also ist das deren, deren overworld theme, sag ich mal. die battlefield kommt noch gleich von denen. aber, aber, schön, dass ihr nicht so uns gefunden habt. wir die super, tollen, unglaublich, mega coolen cooper brüder haben euch erwartet. wenn ich uns vorstellen darf, mein name ist pomodoro, der neben mir ist melanzano, danach kommt asperago und das letzte vollziehen.